Musik Hallo, Orte. Hallo. Weißt du, wie ich bin? Na klar. Sie sind der Mann mit dem Hund. Hat er endlich einen Namen? Nein, aber ich denke täglich darüber nach. Hör zu. Ich muss dir was gestehen. Du hast mich sehr beeindruckt. Meinen Sie körperlich oder geistig? Ich glaube, es ist beides. Nein, jetzt mal ernsthaft, Orte. Hör mir zu. Was ich sagen wollte, ist, dass du für ein junges Mädchen einen ziemlich scharfen Verstand besitzt. Ein typisch männliches, chauvinistisches Kompliment. Ist das wirklich wahr? Dann bitte ich um Entschuldigung. Es tut mir leid. Mit Schmeicheleien kommen Sie nicht weiter. Das führt zu nichts. Also, was wollen Sie wissen? Es geht um Jennifer. Habe ich recht? Deswegen bin ich hier. Ja. Na gut, fragen Sie. Wenn ich antworten will, dann tue ich's. Wenn nicht, lasse ich's. In Ordnung, das ist wer. Dann stelle ich jetzt die Fragen. Warst du öfter in der Wohnung von Miss Walls? Sicher. Sie hat mir beigebracht, mit Männern umzugehen. Äh, hast du viele von ihren Freunden kennengelernt? Nein, nicht direkt. Immer wenn er kam, hat mich Jennifer weggeschickt. Wer ist er? Der Mann in dem Smoking. Einen Moment, Audrey, warte mal eine Sekunde. Der Mann im Smoking, war der oft bei ihr? Ja. Ich hab auch gesehen, wie er aus der Wohnung gekommen ist am Tag, als... Sie wissen schon. Weißt du seinen Namen? Nein. Würdest du ihn wiedererkennen, wenn du ihn siehst? Ich bin doch nicht blöd. Ich bin doch nicht blöd. Guten Tag, kann ich da mal reingehen? Ich bin von der Polizei. Sicher, Sir, das ist nur eine Probe. Sehr freundlich von Ihnen, vielen Dank. Oh, was wird denn geprobt? Sie arbeiten an der Musik für einen Dokumentarfilm. Ah, interessant, vielen Dank. Darf ich rauchen? Aber sicher, Sir. Das war's. Vielen Dank, meine Herren. Jimmy, was hältst du davon? Wunderbar, genau so brauchen wir es. Sollen wir eine aufnehmen? Ich möchte... Ich muss noch kurz mit Paul sprechen. Eine Sekunde, bitte, meine Herren. Äh, Paul? Ich muss dir was zeigen. Wenn dein Einsatz kommt... Da-da-dam-dam-dam-dam-dam! Ja, ich weiß, was du meinst. Du musst einfach dynamisch... Mr. Benedikt! Verstehst du? Ja. Entschuldigen Sie! Ja, dann lass es uns nochmal probieren. Inspektor, was zu viel ist, ist zu viel. Tut mir leid. Es ist mir sehr unangenehm, Ihre Probe zu unterbrechen, aber... Was zu viel ist, ist zu viel? Es ist wirklich sehr wichtig. Dann erklären Sie bitte dem Orchester, was Sie für so wichtig halten. Sehen Sie diese junge Dame? Es geht um den Abend, als Miss Wells ermordet wurde. Audrey war eine gute Freundin von ihr. Sie wohnte in der Nachbarschaft. Sie hat einen Mann gesehen, der aus der Wohnung kam. Er trug einen Smoking. Also, Audrey. Ist dieser Mann jetzt hier? Sicher! Würdest du ihm hier zeigen? Der war's. Ich habe nur eine einzige Frage. Ich habe nur eine gute Freundin von dir. Ich habe nur eine gute Freundin von dir. Ich habe nur eine gute Freundin von dir.